hallo nach langem still im kanal bin wieder da diesmal mit city silence wir probieren mal mit mir kommen jetzt bin ich gerade an der suche auf der suche nach der richtigen karte ja finde aber gerade ehrlich sagt man nicht so richtig was aber ich glaube ich glaube ich nehme immer mal die es hier mal gucken genau normal die gucken das mal alles aussieht und sehen wir ja weiter und los geht's ich habe das spiel noch nicht so viel gezockt ein paar stunden habe ich schon aber bis jetzt noch nie was aufgenommen ich hoffe das funktioniert soweit ich glaube der ton ist noch ein bisschen laut die machen wir ein bisschen weißer oh ja viel zu laut aber mordsmäßig zu laut man wenn man ich habe es doch runter gedreht ok machen wir es so so genau dann gucken wir mal wie es dann aussieht gucken wir mal ich brauche hier nichts einstellen ich bin noch so laut guck mal noch mal kurz noch ein bisschen runter so schon wieder viel viel besser wo immer noch ein bisschen laut man mal pause hier und ich hoffe ihr versteht mich aber ich denke schon müsste eigentlich gehen jetzt mal kurz gucken wie es wieder funktioniert hier ok so kommt man hin und her ok gut drehen mit der mitteltaste ok passt so jetzt sind wir natürlich hier unser gebiet ist das hier praktisch jetzt ist die frage da oben ist zwar die abfahrt von der straße gucken wir uns das mal von oben ein bisschen an so jetzt jetzt müssen wir erstmal gucken wenn man das 70.000 ist natürlich nicht arg viel geld so was haben wir denn hier alles eine straße ok straßen haben wir nicht viel auswahl wie es aussieht eigentlich haben wir fast gar nichts so dann können wir uns ja nichts anderes übrig was einfach mal so eine straße zu nehmen einfach bauen wir da hier vor so ok so funktioniert das alles klar jetzt brauchen wir auf jeden fall noch ein bisschen strom die frage wird jetzt sein kohlekraftwerk kostet 20 können wir uns das jetzt schon leisten oder können wir uns das nicht leisten der bringt hier 75 halt stopp 0 bis 8 megawatt da kann ich natürlich nicht arg viel mit anfangen wenn ich es jetzt aber nicht baue wir bauen jetzt einfach ein kohlekraftwerk auch wenn es ein bisschen blöd ist aber wo stellen wir es hin ich würde es einfach hier hinstellen nehmen wir noch eine straße ok gut ok halt nein also wollen wir da eine straße hin jetzt gerade 90 grad ok ok so geht es weg ok dann müssen wir jetzt praktisch gucken dass wir hier eventuell ganz außen ok stellen wir hier dann gibt es hier gleich noch ein bisschen industrie gucken wir mal ob wir hier schon mal industrie hinstetzen können das scheint zu gehen aber ich möchte noch eine straße hier rüber haben jetzt hätte ich gern am besten in der mitte ein bisschen gewerbegebiet oh je straße hier mal so vielleicht hier nochmal raus dann vielleicht hier noch eine straße hoch so ok und jetzt einfach hier ein paar gewerbegebiete hin so und dann würde ich fast sagen wir montieren hier vorne und gebiete hin und dann brauchen hier aber noch stromleitungen da das ding hier nach hinten steht ist man es auf jeden fall was und belegt warum das das kann hier fast nicht funktionieren wahrscheinlich ist lassen wir mal kurz laufen mal gucken was passiert ok die haben es nämlich keinen strom ist verständlich okay die ersten siedler wohl siedler ja bauen wohl jetzt hier so jetzt geht es aber noch darum ich brauche wasser und zwar eine wasser pumpstation die das wasser rein zieht oh das ist natürlich jetzt nicht gut ich freue mich gar nicht gesehen ok einmal zu und einmal den abfluss und bestem den machen wir gleich hier hin ok jetzt legen wir einfach noch ein paar rohre so so jetzt fällt aber den strom das fällt den wasser gut ist es klasse denn jetzt wasser fällt das ist einfach so den händen wir hier hin und den so so ich weiß dass eigentlich wasser fällt aber den händen wir keinen strom mehr ok wir müssen doch einfach wasser haben eigentlich wasser so jetzt müsste es eigentlich angeschlossen sein ok scheint zu laufen ach jetzt geht's ok es funktioniert es wieder ja ich habe gesehen so ach eine kleine stadt hier weiss doch glaub ich jetzt die null tv die oops du schritt das estão klassisch funktioniert was gesagt die strom ist ja nicht vorhanden sein normalbetrieb also glaube doch wo die idee das ding so zu bauen so was so okay das ist aber gute idee hier gewesen ok oh mann 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 naja ziemlich krumm baut hier so scheint zu funktionieren ok wir brauchen mehr wohnungen sehe ich grad was denn so ok hier kommt das dreckwasser raus ob es nicht denn hier so toll ist daheim wenn sie in dem dreckwasser wohnen naja aber wohnungen stehen trotzdem komischerweise herzlich weiß jetzt nicht so richtig so was geht hier ab auch nichts wirkliches aber ich muss aufpassen mit der straßen hier oben ok 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 Das ist nicht so, dass ich es nicht abläufe. Das ist halt wie die kleine Kleinstadt, ne? Ah, okay. Wasser, ich muss mich jetzt verkackeiern. Okay, klar. So, das ist meine Kleider, deft euch aufregen, wenn ihr kein Wasser kriegt. Oh, die Strecke ist jetzt aber auch richtig gut geworden, ziemlich krumm, ne? Na gut, das ist wahrscheinlich bedingt durch die Schräge, das heilt nämlich jetzt und guckt euch das mal an. Schlecht am Hang kläge jetzt die Stadt. Von dem her... Ist das jetzt auch noch alles? Eigentlich ist alles im Gebiet okay. Sieht nicht schlecht aus, oder? Ja. Oh! Ich gucke ein bisschen Industrie schon. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Du bist wie es hier. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Soooo Aber ich muss mich nicht mehr holen, was ich? Was ist das? ja ich habe euch wasser gelber also bitteschön so naja für das dass man keine ahnung haben von dem spiel scheint es zu funktionieren hier die einnahmen sinken einer mit stecken und die ausgaben ausgaben ja blöd genau okay dann war es mal wieder ich hoffe ich kann es noch ein paar gleich noch aufnehmen habe so was zum angucken wünsche ich noch ein schönes woche ende bis denn mal ciao